Jo moinen Leute, herzlich willkommen zur Fummel 1 Saison 2024. Die Fummel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Und das sind die Predictions zum Grundpreis der Niederlande. In Zandvoort mit den Qualifying Predictions los geht's heute um 15 Uhr live auf Sky Sport S1 und MS Grand Prix. Von der Polch startet der Lokalmatador Max Verstappen. Herzlichen Glückwunsch. Dahinter fuhr der Deutsche Nico Hültenberg. Von drei und vier starteten Charles Leclerc und Sergio Perez. So das war's mit dem großen Preis der Niederlande. In Zandvoort mit den Coleifying Predictions der Fummel 1 Saison 2024. So, wenn euch das wieder gefallen hat, den letzten Rund ja nach oben da. Vergiss keiner wo, dann nimm uns das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt ihr wen. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf dem Channel. Bis deiner Good Ways. Ciao. Bis zum nächsten Mal.